Verloren sind aber jene, die einen Drachen töten. Denn siehe, zwar werden sie als Helden gefeiert, doch eines Tages werden sie ein grausames Ende finden. Der Fluch des sterbenden Drachen haftet fortan immer an ihnen. Letzte Rache dieses magischen Wesens, vor der es kein Entrinnen gibt. Noch niemals hörte man davon, dass ein Drachentöter, der einst alt und friedlich in seinem Bette starb. Ein jeder fand vor der Zeit ein schreckliches und grausames Ende. Darum hütet euch vor dem Fluch des Drachen. Randnotiz aus, Wege ohne Namen aus den dunklen Zeiten. Ähnlichen zahlreichen Drachentötersagen erwähnt. Die Schlacht am Siebenstein wurde durch ein teures Patt erkauft. Zwar haben eure Truppen große Verluste einstecken müssen und die Balior Gräfin hat viele Truppen verloren, doch das Eingreifen der Goblins unter Kriegsfürst Ziblim hat Schlimmeres verhindert. Er konnte den Rückzug der Verbündeten decken, während Varena von Mersing durch das Auftauchen des Drachendies Laraan den Rückzug antrat. Eine kleine Einheit Spezialisten konnte jedoch eine sinistre Hexe in Gefangenschaft nehmen und einen adeligen Truppführer töten. So haben sie sich zurückgezogen nach Hallingen, um ihre Wunden zu lecken. Dort beginnen wir. Mitte Ende Travia, 1031, nach Bosporans Fall, an einem verredneten Morgen, in der Taverne, bei einem guten Bier und etwas warmer Suppe. Die Tür öffnet sich und ihr könnt erkennen, wie ein weiterer Held, ein weiterer Wandersmann die Taverne betritt. Ihr seht einen recht stattlichen, großen, ungefähr 1,90 Meter, schrittgroßen jungen Mann, der einen etwas größeren Rucksack hat, ein Schild in der Hand, braune Haare und sich leicht umguckt. Ja, auf den ersten Blick wirst du wahrscheinlich eine Goblina erkennen, die dort neben einem gut gekleideten Herren, ein Gänse-Ritter, die Ordens-Ritter vom Herdfeuer, sitzen dort nebeneinander und löffeln gerade ihre Suppe. Ja, die Goblina hat sich tief über ihren Teller gebeugt und schaufelt, die Suppe schlürfend in sich hinein. Sie ist in Lederkleidung gekleidet, hat sich aber aus irgendeinem Grund so ein, ja, weißes Nachthäubchen, wie man das bei den vornehmen Bürgerfrauen sehen mag, auf den Kopf gestülpt. Da hat sie allerdings zwei Löcher reingeschnitten, damit ihre Ohren da durchpassen. Ja, sie baumelt mit den Beinen und schlürft laut. Mh, das ist ja lecker! Ja, 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 ja. Travigo hat es aufgegeben, der Goblina Tischmanieren beibringen zu wollen. Ähm, ja, guckt skeptisch, wie sie die Suppe isst. Und, ja, wenn der Neuankömmling eintritt, dann guckt ihr ganz neugierig und steht auf und sagt, ah, ein Wanderer! Die Zwölfe zum Gruße, sehe ich hier gerade richtig oder trüben mich meine Augen? Sehe ich da wirklich ein... Ihr seht richtig, ja. Ich bin's, äh, Baron Travigor. Boah, ich meinte aber, sehe ich da richtig, da ist eine Goblina? Achso, ja, ja. Ja, du tust sie richtig sehen, Herr Menschling. Äh, die Zwölflinge zum Gruße. Genau, das ist, äh, Goggle-Moggle. Und, äh, mit den Zwölflingen meint sie unsere Götter, denn sie ist eine Menschenexpertin. Menschologin. Ich bin Goggle-Moggle, äh, hat er ja schon gesagt. Wer bist du denn? Mein Name ist Harkon. Und was machst du hier? Willst du auch eine Suppe? Ja, ich bin... Es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen, äh, sprachlos bin. Aber das hatte ich nicht erwartet. Eine Goblina in einem Gasthaus. Aber ja, ich nehme meine Suppe. Und ich würde dann, äh, auf die beiden zustapfen. Ja, super, hab ich gehört, kommt gleich. Stört euch nicht. Äh, der Geruch von hier, den, den merkt man irgendwann gar nicht mehr. Oh, danke. Das, dass wir uns nicht gehört haben. Sie hat immer gesagt, dass ich besonders gut rieche. Äh, genau. Ja, äh, einen, einen schönen, natürlichen Duft gibt ihr von euch, äh, ab. Sie sagte immer, unverwechselbar. Ja, ähm, äh, äh, ich muss, äh, zugeben, ich, äh, rieche auch mittlerweile schon. Also ich kann euch, äh, riechen. Ich, äh, ich weiß, äh, wer um die Ecke kommt. Ähm, ähm. Die Goblina hier ist eine Abgeordnete von ihrem Stamm und dieser unterstützt uns netterweise im Kampf gegen Varena von Mersing, falls euch das was sagt, und ihre Schergen. Also Varena von Mersing und ihre Schergen, das sagt mir was, deswegen bin ich ja auch hier ein bisschen auf Durchreise, um irgendwie eine helfende Hand anzubieten, aber ich hätte nie gedacht, dass wir uns mit Goblins verbünden oder dass sich Goblins mit uns verbünden. Ja, wir haben ein Schweine, ein Wildschweinwettrennen gewonnen, deswegen natürlich auch mit Hilfe von Gruggelmoggl, ja, deswegen machen die jetzt mit. Ich würde jetzt erstmal gucken, ob der Baron Travigoa zu viel Bier getrunken hat oder nicht. Also ihr habt wirklich schon sehr viel ins Glas geschaut. Äh, nein, ich rede immer so. Äh, könnt ihr denn kämpfen? Ja, ich würde behaupten, ich bin ein passabler Kämpfer. Ja, das ist schon mal gut, das ist schon mal gut und, äh, ja, gut ausdrücken könnt ihr euch auch und manieren scheint ihr auch zu haben. Äh, seid willkommen. Verzeiht, hier ist eure Suppe, mein Herr. Ähm, ich glaube vorhin war wieder der Kastellan von Schneidach hier, der fragte nach euch. Aber er sagt, ihr solltet einmal in die Trostburg wieder gehen. Ähm, ah, der gute Kastellan, ja, ähm, äh, esst doch noch die Suppe auf, wie wär's, wenn ihr gleich mitkommt, äh, dann könnt ihr den Kastellan kennenlernen und, ähm, ja, ich bin, äh, wir sind zu dritt. Ja, und wenn du versagst, dann, dann kannst du immer noch sagen, du bist Wildschweinreiter und dann kannst du bei uns mitmachen. Du kannst auch Wildschweinreiten, oder? Ich kann Pferde reiten, ja, das stimmt, aber ein Wildschwein, ich würde es ausprobieren. Und, ach, das ist, äh, das ist, äh, gar nicht so viel anders, äh, äh, die Weidner, äh, Pferdezüchtung, ähm, die kommt, äh, dem Wildschweinreiten doch sehr nah. Also, ich glaube nicht, dass ein edles Ross aus Weiden, äh, mit einem Wildschwein verglichen werden kann. Äh, nein, natürlich nicht, ich meine nur, ähm, am ehesten, am ehesten, die Weidner, oder die Andergaster. Hm, lass mal überlegen. Denn eher die Andergaster. Kommt ihr aus Weiden? Ja, ich komme aus Weiden. Ah, äh, entschuldigt, äh, ich wollte, äh, ich wollte euch natürlich nicht beleidigen oder so, aber... Das habt ihr nicht, das habt ihr nicht. Na, gut, gut, äh, gut. Äh, schmeckt denn die Suppe? Ich würde dann jetzt ein, zwei Löffel nehmen. Ähm, ja, die schmeckt hervorragend, aber es könnte noch ein bisschen mehr Salz drin sein. Ja, also, äh, ich hab sie nicht gemacht, ähm, der wird, der lässt mich nicht mehr in die Küche, aber, äh, ich hab ihm einige Empfehlungen gegeben, und, äh, ein bisschen mehr Salz, sagt ihr, ähm, ja, das sagen viele, aber ich finde, man sollte die Suppen eher milde würzen und dann jedem selbst überlassen, ob er zusätzliche Gewürze benutzt. Äh, in der Tat habe ich, äh, ein bisschen umexperimentiert in letzter Zeit mit, äh, exotischeren Gewürzen. Ich weiß euch, ich weiß nicht, ob euch, äh, Pfeffer etwas sagt. Nee, davon habe ich noch nie gehört. Schmeckt das? Das schmeckt sehr gut, ja. Äh, äh, es riecht sehr gut, aber ich hab das nicht mehr aus meinem Nasenloch bekommen. Ja, äh, mir wurde auch, äh, schon häufig empfohlen, mal, äh, den Ort zu besuchen, wo das, äh, wo der anwächst, dieses Gewürz. Äh, wo wächst denn der? Ich glaube, in Kunschom in der Nähe. Da war ich noch nie. Sollen wir da mal hingehen? Ich geh gern auf Reisen. Es ist ziemlich warm und, äh, ich glaub, da gibt's nicht viele Goblins, also, ihr werdet da bestimmt, ähm, naja, freundlicher aufgenommen als hier. Äh, nee, nach Kunschom möchte ich nicht. Das ist mir da viel zu verhaben. Ich bleib denn lieber hier. Schön in beiden. Na gut, ähm, ihr habt, äh, aufgegessen, sehe ich. Dann sollten wir vielleicht zum Kasseladen. Ja, ich freue mich. Die Burg. Richtig. Ähm, sehr gut. Äh, danach wird bestimmt noch, äh, mehr Zeit sein, um das eine oder andere zu essen. Ich, äh, kann mir nicht vorstellen, was so wichtig sein kann, dass wir jetzt gleich, äh, irgendwie alles stehen und liegen lassen müssten. Ähm, mal schauen, was der Kasseladen zu sagen hat. Ähm, falls das Travigor noch aufgefallen ist, an, ähm, Harkons Rucksack hängt eine Eisenpfanne runter. Eine sehr schöne Pfanne, muss ich, äh, muss ich da sagen. Äh, ein Prachtexemplar. Es geht euch gut? Danke, und ich weiß auch, wie man sie benutzt. Und ich grinse leicht. Ah, vortrefflich, dann haben wir schon, äh, jetzt mittlerweile drei, äh, gute Köche. Da kann ja nichts schief gehen. Ja, dass ihr sicherlich sehr gut kochen könnt, das kann ich mir denken. Habt, danke. Und dann zum Kasseladen. Ja, so könnt ihr die Tür der Taverne aufstoßen und durch den strömenden Regen und die kalte Zucklade, Luft nach draußen treten, einmal den Pfad nach oben und durch die geöffneten Burgtore hinein und, äh, nach kurzem Besuch und findet ihr dann auch den Kasseladen, ähm, der dort wieder an seinem großen Rondell steht, äh, und, äh, neben ihm in der Ecke könnt ihr tatsächlich auch Prajodor erkennen. Und, äh, eine weitere Person, ähm, die von einer Eisenkrause verborgen wird, wohl ein, ähm, eine Frau, ähm, ihr wisst nicht genau, wie alt sie ist. Wie gesagt, die größten Gesichtszüge werden von einer Eisen, von einem, von einem eisernen Kragen verborgen und, ähm, der Kasseladen beugt sich so ein bisschen über den Tisch mit einer Karte und, ähm, blickt euch dann an. Ah, ihr kommt spät, aber ihr kommt, hm. Herr Kasseladen. Jetzt sind also schon Goblins in meiner Burg, ja? Äh, richtig, richtig, verbündete Goblins, ähm. Äh, wird ja immer besser. Gut. Äh, grüß dich, Herr Kasseladen, die Zwölflinge zum Gruße. Zwölflinge? Äh, die Zwölfgütte haben meint sie damit. Ich hab das schon verstanden, wie gesagt, ich weiß nicht genau, was, ich will den Burggrafen nicht hinterfragen, ähm, also gut. Steuerauftrag, äh, Pryodor ist erfolgreich von einer Mission wiedergekommen, äh, von der Schlacht auf den, äh, am Siebenstein. Ihr habt davon gehört, ja? Einige Verletzte sind ja auch unten im Dorf. Äh, richtig, richtig, das hat, äh, ja, erzählt, ja. Wir konnten, äh, zum Glück eine, äh, Offizierin, wenn man so sagen will, äh, von Varene von Mersing, äh, festnehmen. Eine Hexe mit dem Namen Ehrengard und, äh, sie hat uns einige Informationen verraten. Daher möchte ich ein weiteres Mal eine kleine, äh, Expertengruppe aussenden, die, äh, einer Queste nachgeht. Oh, und deshalb habt ihr uns gerufen. Wir sind diese Experten. Ähm, ja, ihr werdet wohl immer weniger, aber, äh, Hauptsache es funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf wie viele Kämpfe ihr gestoßen werdet, aber, äh, nun werdet ihr sicherlich schaffen. Ihr habt ja die Goblins dabei. Richtig, und, äh, ja, also mein Umgang mit dem Andertalpinder ist, äh, auch nicht von schlechten Eltern. Genau. Was wisst ihr von Ritter Bergott? Ähm, ja, ist, äh, zum Glück. Und dann geschlagen worden, äh, äh, darf ich Hieraldic würfeln? Du kannst Geschichtswissen, äh, proben oder sagen und Legenden. Natürlich ein Mythos aus der Rommelie Samhag, aber schon schwierig. Äh, dann nehme ich Sagen und Legenden. Sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Fünf Fertigkeitspunkte? Ja, sollen wir reichen. Dadurch, dass du aus der Region kommst, äh, kannst du die Sage des Drachen, beziehungsweise von Ritter Bergott, ähm, so wie du sie einmal bei dem Baden Lyswein, in Romnisch-Görthers, äh, wieder verbreiten. Ja, das tue ich natürlich. Äh, äh, lass mich zitieren, äh, mir fällt das wieder ein. Das Drachen Maul bis... Ach nee, das fängt anders an. Richtig, äh, richtig. Menschenfresser von Barken, wie auch den Roten Wolf. Dann aber kam ein Drache, der Bergott, seine Feste. Der muss schon ganz oben anfangen. Ah, das war immer noch nicht ganz oben. Äh, richtig, äh, da gab's noch eine Seite davor. Entschuldigung, ich krieg's, ich krieg's wieder hin. Vor vielen, vielen Jahren, als die Wälder tiefer und die Hänge der Sichel noch düsterer waren, stritt ein mutiger Ritter gegen die Strecken, äh, gegen die Schrecken, äh, die über das Land kamen. Er hieß Bergott von Schwarzenfels. Mit der gewaltigen grauen Lanze von Schwarzenfels bezwang er Goblins wie Orken, natürlich nur die bösen Goblins, äh, den Menschenfresser von Barken, wie auch den Roten Wolf. Dann aber kam ein Drache, der Bergott seine Feste, seine Rinder und sein Land neidete. Manche Ritter verlor sein, manch Ritter verlor sein Leben gegen das braungrün geschubte Ungeheuer. Bis in den Burghof der Feste Schwarzenfels drang der Drache, wo sich ihm der edle Bergott entgegenstellte. Ein Stoß der grauen Lanze spaltete den Drachen, äh, des Drachenmauls bis auf die Knochen. Dennoch verschlang das Ungetüm den Rittersmann. Die Lanze jedoch, die Bergott führte, verwahrte der Drache in den Tiefen seines Horts und bis heute soll er sich von ihrer Schärfe fürchten, zeigte der Ritter doch, dass auch Drachen Blut lassen, so man ihnen mit Mut entgegentritt. Ah ja, genau. So war das. Jetzt habe ich es doch noch hingekriegt. Oh, das war eine schöne Geschichte. Das hast du gut gemacht. Ich bin sehr verwundert, dass ich mir das alles merken konnte, aber glaube, doch, so war das. Tja, sehr gut vorgetragen. Dieser Drache, alt wie er ist, genauso wie diese Geschichte und Bergott, das ist Alopir. Wir wissen nicht genau, nun, die Echse hatte etwas gesagt, unter den Fingern von Pryodor hat sie zwar das ein oder andere gesagt, aber... Das war Alopir. Ich fürchte die Lanze noch immer und ich möchte in ihren Besitz kommen, damit wir nun vielleicht einige Helden damit ausstatten können, um gegen Alopir zu ziehen. Ein weiterer Drache, den wir Varena nehmen. Ja, das klingt nach einer mächtigen Waffe. Ja. Er sagt, der Drache verwahrt sie in den Tiefen seines Horts. Richtig, richtig. Wo dieser Hort genau ist, vermag ich jetzt allerdings nicht zu sagen. Ja, das wissen wir aber. Schwarzenfels selber, als er Bergott umgebracht hat, oder sie, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit den Geschlechtern von Drachen ist, aber als er, also Bergott, den Drachen oder die Drachen umgebracht hat, war da, also, Alopir wohnte in der Burgenruine von Schwarzenfels. Und das muss der Hort sein. Und wir wissen, wo Schwarzenfels liegt. Etwas am Nordosten von hier. Das heißt, hier geht da hin. Vortrefflich. Dann hat, äh, dann war es ja gut, dass ich mich an diese Geschichte erinnern konnte. Und, äh, dann können wir zu diesem Schwarzenfels und, äh, die Graue Lanze bergen. Das wird bestimmt, ähm, naja, ungefährlich würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird ein Abenteuer. Ja, so ist das wohl. Gut, ich werde in derweil mit Prajo nur noch die Einzelheiten aus Erngard herausquetschen. Wie gesagt, äh, sie haben wohl tatsächlich verhindert, dass Islaran sich ihnen angeschlossen hat. Irgendwelche finstere Magie, die, äh, die sie den Drachen dann wohl aufzählen wollten. Oder Alchemie. Magie, Alchemie, alles das Gleiche. Echsenwerk. Gut. Also, brecht auf und, äh, holt diese Lanze. Die muss ja irgendwo sein. Ähm, sehr verständlich, gerne. Äh, könnt ihr uns kurz auf der Karte zeigen, wo wir Schwarzenfels finden? Achso, ja, die, äh, Karte habe ich ja hier. Moment. Ähm, wir haben hier natürlich die Trutzburg. Ihr müsst dann durch den großen Guthemdforst oder könnt natürlich auch außen rumlaufen. Und dann werdet ihr hier, ähm, es gibt dort einmal die Drachenruine Schwarzenfels und die, äh, Drachen, äh, Schweigenfeld. Das ist jetzt was am Norden von da. Schwarzenweiler. Aber hier müssen die Drachenruine Schwarzenfels. Ist hier. Neuertlich vom Windkampf. Äh, müssen wir denn wirklich, äh, durch den Wald? Oder können wir, können wir nicht außen, äh, also mit einer Kutsche oder so, könnte ich mir vorstellen. Ist, äh, wahrscheinlich angenehmer. Äh, nicht, dass ich, äh, Angst hätte oder so, aber... Ist ne alte Handelsstraße, da könnt ihr wohl schon, äh, mir, äh, mir ist das egal. Ich meine, ihr wart, ihr wart doch neulich erst im Windkampf oder nicht? Oder bei Grafen denn? Ja, da waren wir. Das war lustig. Meine ich doch. Da habt ihr doch gegen diesen anderen Drachen gekämpft. Ja, was sagt ihr? Du musst keine Angst haben im Wald. Ich, ich kann dich da durchführen. Äh, nein, nicht, dass ich Angst hätte, aber die Nadeln im, im Genick und, äh, ist einfach ein bisschen unangenehm, wisst ihr? Also so ein schöner Wald ist doch was ganz herrliches. Ich bin die ganze Zeit im Wald unterwegs. Ja, meinetwegen nehmt ihr auch die Pferde, wenn ihr welche habt. Äh, könnt dann, wie gesagt, die Handelsstraße benutzen. Aber befriedet ist die mittlerweile nicht mehr. Kann sein, dass dann noch irgendwo versprengt die, die Soldaten und Soldaten davon da auch umlaufen. Ui, äh, dann ist das vielleicht sogar gefährlicher. Ähm, äh, jetzt ist, äh, Goggle nicht da, aber, Goggle, äh, Goggle meine ich, äh, entschuldige, ich krieg's ihn immer noch nicht richtig. Äh, Goggle, moggle, vielleicht kriegt ihr, äh, vielleicht könnt ihr uns, uns führen und, äh, ich vertraue euch dann in der Wildnis. Ja, das ist klug. Und, äh, der Hakon hat ja gesagt, der kennt sich auch im Wald aus. Richtig. Und, dann kannst du ja gleich beweisen, ähm, was du gelernt hast. Äh, vortrefflich. Es wär, es wär mir eine Ehre, euch das zu zeigen. Oh, das klug. Ja, dann warten wir doch nicht länger, oder? Brauchen wir noch Hühner? Wenn ihr noch irgendwas anderes braucht, ähm, nun, wie gesagt, das ist eine alte, äh, Drachenruine, eine alte Burgfestung. Ich weiß nicht, ob man da als Abenteurer irgendwas braucht, aber ihr könnt euch natürlich auf dem Markt ausrüsten. Äh, ich gebe euch, ich sage euch, ich gebe euch jetzt 10 Dukaten und wenn ihr mir die Lanze bringt, noch einmal 10. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Gut. Also gut, also gut. Ich mach's natürlich auch ansonsten, aber, äh, ihr wisst ja. Ja, dann fernst du mal in der Kirche oder so. Oder ihr könnt es mir geben. Ja, da wird uns schon was einfangen. Gut, dann, ähm, von meiner Seite aus seid ihr entlassen, wenn ich noch irgendwelche Fragen an diese da habt. Äh, haupt Dank, äh, wer ist denn die Dame? Das ist die Katzenhexe. Ach, äh, richtig, richtig, äh, deshalb, äh, also ich dachte, das wäre vielleicht, äh, eine neue Mode aus Gareth oder so, äh, aber die, die große, äh, die, äh, dann macht das Sinn. Äh, drei oder extra anfertigen lassen in der Schmiede. Oh, äh, ja, äh, 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 äh. Habt ihr irgendwelche Fragen an die Hexe? Äh, spricht die wie eine Katze. Jaum, jaum. Gorgelmogel schaut die Hexe hoffnungsvoll an. Sie verdreht die Augen. Ich glaube nicht. Aber sie hat euch wahrscheinlich schon verstanden. Ähm, vielleicht habt ihr was Falsches gesagt. Warum ist sie eine Katzenhexe? Was ist der Unterschied zwischen, äh, Katzenhexen und gibt es andere Hexen? Äh, Priodo sagte irgendwie, dass, äh, sie eine Katze dabei hatte. Die haben wir nicht mehr gefunden. Die muss noch irgendwo sein, aber... Hm. Gibt wohl noch andere Hexen. Die ist bestimmt gefressen worden. Äh, könnt ihr noch mal kurz erklären, äh, warum diese Hexe gefangen genommen wurde? Sie war eine der Offizieren von, äh, Varena von Mersing. Und wurde bei der Schlacht gefangen genommen. Gute Arbeit von Ronga und, äh, Priodo. Sie ist eine Schamanin. Ja, ich glaube, das kann man sagen. Äh, dann sollten wir dir nichts sagen. Dann, dann verzaubert die uns. Ja, man sollte gerade Kriegsgefangene auch gut behandeln. Also, äh, muss das mit dieser, äh, mit dieser Eisenkrempel wirklich sein? Ich meine... Ja, das sollte so am besten sein. Wenn wir sie ja abnehmen... Ich wollte gerade sagen, wenn wir sie ja abnehmen, dann werde ich die Hunde fruchtbar bis euer Lebensende. Oh, nee. Äh, gut, also, dann, äh, doch bitte nicht. Man sieht, wie bei Harkon die Hand leicht weiter runterrutscht. Gucken, ob noch alles da ist. Äh, die Frau ist unheimlich. Können wir gehen? Ja, ich, ich hab dann auch keine weiteren Fragen mehr, äh, äh. Ach, danke, ähm. So, dann, hier ist euer Säckelchen mit dem Geld. Wenn ihr was braucht, wie gesagt, rüstet euch unten bei einer Schmiede oder bei den anderen Händlern aus. Viel Erfolg. Habt, danke, Herr Kastellan und, äh, viele Grüße an den, äh, Burkraf, wenn ihn seht. Ja, sehr wahrscheinlich. Gut, dann, von der Meldung. Ja. Ja, so könnt ihr wieder nach draußen treten, äh, mit eurem Säckelchen, mit den 10 Dukaten, äh, so ein bisschen rumklimpernd, auch wenn, aber wie kann natürlich eine, sehr viel größere Rappanage hat, aber, nein, das Geld ist natürlich auch immer gut, fühlt sich gut an, wenn man gewertschätzt wird. Und, äh, so, äh, mit den, äh, ja, vertieft dann eure Gedanken, steht ihr dann plötzlich wieder auf dem Marktplatz von Hallingen. Ja, also, wie lang braucht man da ungefähr hin? Das wird ja, äh, ein, zwei Tage, denke ich mal, oder? Also, ihr braucht auf alle Fälle einen Tag, äh, unterwegs und dann werdet ihr sicherlich zum Abend dort eintreffen. Also, äh, ein Tag, äh, eineinhalb Tage hin, eineinhalb Tage zurück und dann eben die Zeit, die ihr vor Ort seid. Also, ich würde sagen, wir, ähm, reisen, äh, leicht und, äh, nehmt nur das mit, was wir brauchen und, äh, also ich würde mich um, äh, die Verpflegung kümmern. Äh, wenn euch das recht ist. Und, äh, ja, was braucht man, um so Ruinen zu untersuchen? Äh, Fackeln? Ja, Fackeln, hätte ich gesagt, und vielleicht noch ein Seil. Ein Seil, vortrefflich, vielleicht, äh, gleich mit, äh, Kletterhaken oder sowas, äh, oder eine Strickleiter oder sowas, äh, was meint ihr? Ah, dann würde ich ja sagen, mit einem Kletterhaken. Eine Strickleiter werden wir nicht brauchen. Wir sind doch kräftig, oder nicht? Ja. Äh, ja, aber ich bin auch ein bisschen kleiner als du. Ja, wenn nicht, machen wir noch Knoten in das Seil rein und dann können wir uns an den Knoten immer gut hochziehen. Ah, ich hab tatsächlich, ich hab, äh, in meiner Ausrüstung hab ich einen Kletterhaken, aber, äh, lass mich überlegen. Ich glaub, kein Seil, was natürlich nicht viel Sinn macht. Ah, doch. Ja, äh, doch hab ich auch. Habt ihr ein Zelt? Ich hab nämlich momentan keins. Ich hab kein Zelt. Ich hab einen Streitwagen. Und du dicheld chargefohlen. Und du dich einfach. Ich hab ihn so. Ich hab mir da gefehl. Und du dich sie damit? Ich hab mit dem Frieden. Ich hab mich immer bin. Und du dich mit. Vielen Dank.